Der Mann, den ich jetzt drei Tage und zwei Nächte verbringen darf. Ralf, wie fühlst du dich? Ich würde gerne mitkommen, egal wo du fährst. Wir haben minus 15 Grad. Wir haben ungefähr 150 Kilometer. Wer jetzt mal eine Kontrollnusche sehen will, der muss jetzt mal genau hingucken. Ah, so sehen Kontrollnuschen aus. Wir pennen die ganze Zeit. In Gringern dürfen sich Obdachlose in Bussen und Bahnfahrten aufwärmen. Wir werden halt weiter demonstrieren und uns gegen diesen Lärm wehren, der vor allen Dingen unsere Natur massiv stört. Also sowas geht gar nicht. So kann es halt weitergehen. Wir wollen ja in Luftwiener, das war eine Mäder, das finden wir kein Schlaf und nichts mehr. Das ist unmöglich. Ja, ich denke, wir müssen weiter kämpfen. Ja. 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 Wir scheißen gleich zusammen. Wir sind Radio Haze und es gibt seit vier, fünf Jahren. Vier, drei. Wir sind Radio Haze und es gibt seit vier Jahren. Wir sind Radio Haze und es gibt seit vier Jahren. Wir sind Radio Haze und es gibt seit vier Jahren. Wir sind Radio Haze und es gibt seit vier Jahren.